30 Jahre Technikmuseum Speyer, 40 Jahre Technikmuseum Sinsheim. Ein Grund zu gratulieren. Das tue ich selbstverständlich sehr, sehr gerne. Nicht nur dem ganzen Team hier in Speyer und in Sinsheim, sondern allen voran auch Ihnen, Herr Leier, und Ihrer ganzen Familie. Sie haben das geschafft, wovon viele träumen. Sie haben Ihr Hobby zum Beruf gemacht. Und darauf können Sie wirklich stolz sein. Ja, das Technikmuseum Speyer hat viele Generationen die Technik nähergebracht und auch mir selbst. Umso mehr freue ich mich, wenn hoffentlich in diesem Jahr die Türen wieder aufgehen und auch meine kleine Tochter, das Technikmuseum, hier wieder in seiner vollen Pracht genießen kann. Bis dahin wünsche ich uns alles Gute, allen voran Gesundheit und dann stoßen wir auch richtig an.